Die 5 Sila, die Tugendgebote des Buddha, erläutert von Helmut Hecker Die buddhistischen Tugendgebote sind keine Befehle eines Gottes, sondern Gebote der Vernunft. Denn wer auf Erden glücklich leben will, der muss diese Regeln einhalten. Nicht etwa, weil der Buddha es sagt, soll man tugendhaft leben, weil Tugend zum Wohle und Heile der Menschen führt, deshalb empfiehlt sie der Buddha. Moralisch sein heißt nichts anderes als vernünftig sein. Zum Nutzen und Wohle der anderen Wesen zu leben, dient auch meinem eigenen Nutzen und Wohle am meisten. Ob ich daran denke oder nicht. Wer sich als Nachfolger des Erwachten bezeichnen will, der muss dessen 5 Tugendgebote voll annehmen, ohne jede Einschränkung. Wer sie akzeptiert, braucht deshalb noch kein Buddhist zu sein. Auch in anderen Religionen kann man sich bemühen, diese Tugenden zu befolgen. Es ist eben ein Naturgesetz der Existenz, das die Anerkennung und Befolgung der Tugendregeln zum Wohle aller führt. Es ist der geradeste Weg zur allgemeinen Wohlfahrt. Aus der schier unübersehbaren Vielfalt der Ordensregeln, Beichtspiegel, Strafgesetzbücher und moraltheologischen Kasuistiken schälen sich als Kern acht Grundnormen heraus, je vier der Taten und der Worte. Aus diesen acht Grundtatbeständen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die zum Bestehen von Gemeinschaften unverzichtbar sind, wählte der Buddha nun für den Anfänger auf dem religiösen Wege zunächst nur die gravierendsten aus, um niemand zu überfordern. Nicht töten, nicht stehlen, nicht ausschweifen, nicht lügen, nicht sich berauschen. Während für den Mönch alle acht Tugendregeln in intensivster Form gelten, empfiehlt der Buddha dem Laienanhänger, zunächst diese fünf Forderungen unverkürzt zu akzeptieren und es auf sich zu nehmen, ihnen bestmöglich zu entsprechen. Kaum jemand wird sie sofort erfüllen können, aber jeder kann sie zum Leitbild und Maßstab nehmen. Das Wichtigste ist zunächst, die Maxime nicht zu verbiegen. Nur menschlich ist es Sündbegehen, doch Teufelei darin bestehen. Nur wer im Fall beharret, nicht wer einmal fiel, den trifft's Gericht. Roswitha von Gandersheim Durchlöcherte Tugendregeln öffnen der Untugend Tür und Tor. Eindeutige Tugendregeln zwingen zur Nachfolge. Gerade darum wehren sich die Triebe mit allen Mitteln gegen die ausnahmslosen Tugendregeln, mit aller Raffinesse und Rabulistik, werden unermüdlich neue Argumente herangeschleift, um nur ja weiter ungehemmt leben zu können. Denn die Triebe wissen, werden erst einmal die Tugendregeln ungebrochen, ungemustert, unbeschnitten eingehalten, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie, die ja dahinter stehen, ausgetickt sind. Über die Tugend wird im Geiste entschieden, und um sie wird im Geiste gekämpft. Der triebhörige Geist aber ist ein williger Diener der sogenannten Rationalisierungen, das heißt der Scheinlogik, die Hintertürchen sucht, um im Bedarfsfall die Tugendregeln der Lust zu opfern. Bei den einzelnen Tugendgeboten heißt es jeweils, die Untugend hat er verworfen, die Untugend liegt ihm fern. Es beginnt eben damit, dass der Geist die Untugend verwirft, sie als schädlich, unheilsam, gemein, belastend ansieht. Das kann sehr schnell gehen. In einem einzigen Gespräch kann man unwiderruflich erkennen, dass die Untugend um keinen Preis gerechtfertigt ist. Aber damit liegt sie einem im Herzen noch lange nicht fern. Im Gegenteil, man merkt jetzt erst deutlich, wie das Herz dazu drängt, um der Begierde willen die Tugendregeln zu durchbrechen. Es ist ein mehr oder weniger langer Weg der Selbsterziehung, bis die Untugend einem im ganzen Wesen fernliegt und man keinerlei Lust und Neigung mehr dazu hat, auch wenn jemand in Taten und Worten die Tugendgebote nicht mehr übertritt, und das ist schon viel, so ist er in Tugend erst dann vollendet, wenn die Untugend ihm auch in Gedanken ganz fernliegt, wenn er nur noch zur Tugend neigt und gar nicht mehr untugendhaft sein kann. Betrachten wir nun die fünf Sila der Reihe nach. 1. Nicht töten Ein jedes Wesen scheuet Qual und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Du sollst nicht töten, das fünfte Gebot Moses ist das meistzitierte, aber auch das am meisten durchlöcherte. So gelten als mehr oder minder erlaubt Töten im Kriege, in Revolutionen, beim Tyrannenmord, bei der Todesstrafe, bei der Abtreibung, in Notwehr, bei Nothilfe und vor allem Töten von Tieren. In einer Lehrrede über die Entwicklungsgeschichte der Menschheit schildert der Buddha die ersten Fälle von Töten und zwar wurden notorische Reisdiebe enthauptet. Das führte dazu, dass die Mitbürger zur Selbsthilfe griffen und ertappte Diebe selber töteten. Nur mühsam konnte der Staat sein ansteckendes Vorbild eindämmen und sich das Strafmonopol sichern. Die Grenzen zwischen staatlich erlaubten und von der Gesellschaft missbilligtem Töten sind jedoch fließend und ziemlich willkürlich. Einige Beispiele mögen das erläutern. Wodurch die Religionen, besonders die indischen, noch eine echte Tiefenpsychologie bekannt war, da wusste man beispielsweise, dass sich ein vollständiges, beseeltes Lebewesen in feinstofflicher Form bei der Zeugung inkarniert. Daher sah man Abtreibung eben als Mord an, ja noch verwerflicher als andere Mordarten, weil gegen ein völlig hilfloses Lebewesen gerichtet. Seit dem Verblassen solcher tiefenpsychologischer Kenntnisse wurde dem Materialismus, die Unterbrechung der Schwangerschaft, nur noch zu einem Wachstumsstopp bei dem Zellhaufen, sodass jedes Gefühl von Töten wegfiel. Am meisten Willkür und Frevel wird mit der Todesstrafe getrieben. Immer wieder bringen Gewaltregime die Missliebigen und potenziell Gefährlichen um, vom Terror der Guillotine unter Robespierre über die Gaskammer Hitlers bis zu den Massenexekutionen unter Pol Pot. Die Todesstrafe ist eine Anmaßung, eine Grausamkeit und ein Verstoß gegen die Menschenwürde, ganz abgesehen davon, dass sie sich in ihrer Abschreckung als völlig wirkungslos erweist. Der böse Wille ist durch Zerstörung des Leibes nicht zu zerstören. Wie aber steht es mit Notwehr und Nothilfe? Das klassische Beispiel für Nothilfe, das jedem Kriegsdienstverweigerer vor dem Prüfungsausschuss vorgelegt wird, lautet Was würden Sie tun, wenn Sie sehen, wie ein Räuber Ihre Mutter totschlagen oder Ihre Frau vergewaltigen will? Können Sie mitleidlos und feige zusehen? Auf solche Suggestivfragen ist zu erwidern, man kann auch Gegner abwehren, ohne zu töten. Außerdem wird mir solche Situation nicht begegnen, wenn ich sie nicht selber erwirkt habe. Und wenn einmal jemand keinen anderen Ausweg zu sehen glaubt, als mit tiefstem Bedauern, den einen so abzuwehren, dass er stirbt, um den anderen vom Tode zu retten, dann ist das zwar nicht gut, aber es war für den Betreffenden subjektiv unvermeidlich. Er kann, wie ich und wir alle, nichts Besseres tun, als künftig mehr Liebe und weniger Hass in die Welt zu setzen und nirgends das Töten zu rechtfertigen, zu beschönigen und zu verharmlosen. Auf den Problembereich Krieg, Kriegsdienstverweigerung, Pazifismus, Rüstung usw. kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Das buddhistische Gebot der Ehrfurcht vor dem Leben lautet, lebendiges umzubringen hat er verworfen, lebendiges umzubringen liegt im Fern. Ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. So wird schon beim ersten der fünf Seeler deutlich, wie sehr es auf die Gesinnung ankommt, die dann für alle Tugendgebote gilt. Mitempfinden, Einfühlung, Zuwendung, Güte. Alle Wesen sehnen sich nach Glückseligkeit, alle Lebendigen wollen wohl und verabscheuen Wehe, wollen leben und nicht sterben, ich ebenso wie jeder andere. Diese Allliebe schließt die Tiere nicht aus. Sie sind sogar der Hauptgegenstand des Schonungsgebotes. Die wenigsten Menschen werden Menschen umbringen, höchstens in Geist und Wort den Tod des Bösen bejahen. Aber Tiere töten? Und gar noch wie die Sektion, etwa zur Erprobung kosmetischer Mittel? Ameisen, Blattläuse, Mücken, Mäuse sind doch auch Lebewesen, wollen auch wohl und jeder ist schon einmal im Laufe der Wiedergeburten ein Tier gewesen. Die Verwandtschaft von Mensch und Tier geht über das bloß Biologische unendlich weit hinaus. Der Buddha sah in seiner Rückerinnerung, wie er selber oft ein Tier war. Durch das ständige Sprühen und Spritzen mit Gift nimmt das Ungeziefer immer nur zu. Man erwirkt sich stets größere Belästigungen und vergiftet Leib, Geist und Seele. Wer aber grundsätzlich und kategorisch alle diese Mordwerkzeuge verwirft, der erwirkt sich auf längere Sicht immer weniger Belästigung. Der Buddha sagt, da bringt irgendein Weib oder Mann Lebendiges um, ist grausam und blutgierig, an Mord und Totschlag gewohnt, ohne Mitleid gegen Mensch und Tier. Da lässt ihn solches Wirken also vollzogen, also vollbracht, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode abwärts geraten, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab. Und der Buddha schaute, wie in den Anfängen indischer Kultur die Menschen gar nicht daran dachten, Tiere zu töten, um ihr Fleisch zu essen. Erst als verderbte Priester Tieropfer propagierten, riss das Schlachten ein. Der Seuchen gab es drei zuvor, Begierde, Hunger, Greisentum. Seit nun das Tier geschlachtet ward, entstanden 98 neu. Tiere morden, um sich an den Leichnamen gütlich zu tun, das ist wahrhaft animalisch. Das zieht den Menschen zum Tier hinab und plagt ihn mit 98 Krankheiten. Die meisten Inder lebten jahrhundertelang bis in die Anfänge dieses Jahrhunderts rein vegetarisch. Viele wurden über 100 Jahre alt. Unzählige Weise und religiöse Meister gingen aus dem Volk hervor, das sich ohne Schlachthöfe ernährte. Dass der Mensch Fleisch und Fisch essen müsse, um zu existieren, ist einfach eine Lüge, erfunden von der Gaumenlust. George Bernard Shaw, ein überzeugter Pazifist und Vegetarier, hatte eine Verwandte zu Gast, die sich zum Essen Hühnerfleisch ausgedungen hatte. Als sie an die liebevoll gedeckte Tafel trat, sah sie auf ihrem Teller ein großes Messer mit einem Zettel »Bediene dich selbst«. Am Stuhlbein angebunden, aber gackerte ängstlich ein Huhn. Wären die Schlachthöfe solche Selbstbedienungsläden, dann gäbe es gewiss weniger Fleischesser. Der Buddha macht den Vegetarismus aber nicht zur Weltanschauung. Laien sollen zwar nie Tiere töten und auch Mönchen kein Fleisch vorsetzen, wenn diese aber auf dem Almosengang doch einmal Fleisch in ihre Schale bekommen, dann sollen sie es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, essen. Für eine Gemeinschaft, die auf Almosen angewiesen ist, wäre es zu viel Einmischung, generell Fleisch zu verbieten. Deva Datto hingegen, der Gegenspieler des Buddha, der drei Mordanschläge auf ihn machte, propagierte absoluten Vegetarismus. Ähnlich tat es das schwarze Schaf unter den Franziskanern, Elias von Cortona, der seinen Bettelmönchen streng Fleisch verbot, aber seine Mitbrüder verprügeln ließ, wenn sie seinem Ehrgeiz nicht gehorchten. Dem Buddhisten geht es darum, innerhalb dieses auf grobe Nahrung angewiesenen Leibesleben die Triebe so zu läutern, dass man mindestens nicht so grob wiedergeboren wird, denn auch vegetarische Kost ist nicht selten mit Töten von Pflanzen verbunden. Schon durch das Einhalten der fünf Sila kann man zu erdnahen Geistern aufsteigen, bei denen der feinstoffliche Leib keine grobe Materie mehr zur Ernährung braucht, sondern von feinerer Energie, Luft und Liebe lebt. Da lösen sich alle Probleme des ersten Sila von selber. Man kann die niedere Ebene hinter sich lassen, auf der manche noch bis zum jüngsten Tage diskutieren werden, ja, aber die Eskimo, ja, aber die Küstenbewohner, die vom Fischfang leben müssen, ja, aber die Wildschäden, die streunenden Hunde Asiens, die Taubenplage und darf man kranke Tiere töten und Euthanasie? Zweitens, nicht stehlen. Dann soll man Ungegebenes nicht nehmen, nicht irgendje als Jünger, der erweckt ist. Nicht nehmen, anbefehlen, gut es heißen, was nicht gegeben, sei gemieden weislich. Am Anfang der Menschheitsentwicklung bestand die erste Untugend darin, aus Bequemlichkeit dem Nachbarn Reis zu stehlen, um ihn nicht selber mühsam anbauen zu müssen. Auf diese Urform des Diebstahls bezieht sich auch Paulus, wenn er dem Arbeitsscheuen sagt, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und erwerbe mit eigenen Händen das nötige Gut, um auch den Bedürftigen davon geben zu können. Hier genügt also die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, um eine Resozialisierung des Tagediebes herbeizuführen. So einfach ist es damals gewesen. Als im goldenen Zeitalter ein Kaiser es aus Selbstherrlichkeit versäumte, die Notleidenden zu unterstützen, da kam es zu ersten Diebstählen aus Hunger. Die zweite Form des Stählens greift immer dann um sich, wenn die Besitzenden ihre soziale Verantwortung gegenüber den Minderbemittelten vergessen. Das ist in Zeiten schwindender Religiosität besonders stark der Fall, nämlich wenn der Nächste immer weniger als Bruder und immer mehr nur noch als Ausbeutungsobjekt und Konsumfaktor gesehen wird. Wo die religiös geprägte individuelle Armenfürsorge verblasst und ihr Ersatz die schematisierte bürokratische Wohlfahrtspflege noch nicht organisiert ist, da häufen sich die Debstähle aus Not. In unserer Überflussgesellschaft hingegen sind weder Faulheit noch Hunger die Hauptmotive zum Stehlen, sondern hemmungslose Gier. Die Wachstumskrankheit heizt die gierige Habsucht immer mehr an und die seelenlose Öde der Wohlstandsverwahrlosung veranlasst die Jugend zum Sport, der Warenhausdiebstähle und zum Abenteuer der Räuberbanden. Die immer seltener werdenden Kontrollen in den Verkehrsmitteln verführen zum Schwarzfahren. Die aufgeputschte Mehrwertsteuer verführt zur Schwarzarbeit. Das verkomplizierte Geschäftssystem verführt zur Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Urkundenfälschung und anderen Betrugsformen, in denen sich Stehlen und Lügen als zwei Arten mit der gleichen Wurzel erweisen. Auf Geschäftskosten zu telefonieren und Briefe zu schreiben, zu reisen und zu fotokopieren, erweckt kaum noch das Gefühl des Stehlens. Wer ausgeliehene Bücher nicht zurückgibt, hat selten das Gefühl der Untugend. Der Buddha beschreibt das Gebot des Nichtstehlens zweifach. Dann nimmt er, was man ihm nicht gegeben hat. Was ein anderer in Dorf oder Wald an Hab und Gut besitzt, das macht er sich ungeschenkt, in diebischer Absicht zu eigen. Nichtgegebenes zu nehmen, hat er verworfen. Vom Nehmen des Nichtgegebenen hält er sich fern. Gegebenes nimmt er, Gegebenes wartet er ab. Nichtdiebisch gesinnt, reingewordenen Herzens. Was mir nicht gegeben ist, soll ich nicht nehmen. Das ist ebenso einfache wie allgültige Formulierung des Gebotes, fremdes Eigentum zu schonen und zu achten, nicht in Besitzverhältnisse anderer einzubrechen. Dahinter steht die Tugend des sich Bescheidenkönnens, der Genügsamkeit, des großzügigen Verzichtens, des Gönnens bis hin zur Mitfreude am Besitz anderer. Wenn die Zeitgenossen des Buddha einen Reichen in seiner Pracht sahen, einen Maharadscha oder einen Großkaufmann, dann sagten sie, so sieht der Lohn der Tugend aus, so kann man Götter gleich Verdienst genießen. Wohlan denn, so wollen auch wir freudig geben und uns Verdienst erwirken. Heute dagegen blickt man sehr oft mit missgünstigem Leid auf die Villen und den Mercedes der Ausbeuter, der Arbeitgeber und schreit nach Umverteilung und Expropriation der Expropriateure. Man möchte ernten, wo man nicht gesät hat. Nehmen von Nichtgegebenem. Revolutionen und Kriege sind Ausdruck dieser schälsüchtigen Raubmentalität, Habsucht und Raffsucht, Habgier und Geldgier, Prunksucht und Luxusstreben, Prahlerei mit Besitz, Neid und Missgunst. Das sind die Antriebskräfte zum Nehmen von Nichtgegebenem. Weil der Moloch der Gier uferlos ist, muss man zu illegalen Mitteln greifen, um seinen Rachen zu stopfen. Es gibt aber auch geistigen Diebstahl, fremde Ideen und Arbeiten für eigene Ausgeben. Das Plagiat schmückt sich bequem mit fremden Federn. Ja, aber jene Kriegs- und Hungerzeiten, in denen auch die Anständigen zur Selbsthilfe griffen? Nun, wer sich darüber erhaben glaubt, der werfe den ersten Stein auf sie. Doch solche Notzeiten werden erlebt, weil sie erwirkt sind, erwirkt durch Entreißen und rücksichtslose Raffgier. Darum wirket, solange es Tag ist, und gebet in der Zeit, so habt ihr in der Not. Nur durch entgegengesetztes Wirken, also durch Gewähren, Gönnen und Verzichten können, löst man solche Schreckensbilder auf. Der Reiche, der raffend immer geiziger wird, steht im Tod mit leeren Händen da und ist im Gespensterreich der armen Seelen ein Hungerleider oder mag auf Erden bettelnd über Indiens Straßen ziehen. Und wenn er dann stiehlt und stiehlt, aufgehetzt von westlichen Ideologen, dann geht er zur Hölle. Immer wieder geerntet, was gesät ist. Darum ist geben seliger denn nehmen. Ein Arbeitgeber, der aus Verantwortung und Fürsorge seiner Belegschaft gibt, wirkt besser als ein Arbeitnehmer, der nie genug hat und dessen Ideal es ist, ein prassender Kapitalist zu werden. Und so lässt sich zusammenfassen, wenn die Gier schwindet, dann gibt es auch kein Problem des Stehlens mehr. Drittens Nicht ausschweifen Sein Egemal genügt ihm nicht, im Kreis der Buhlen wird ihm wohl. Der Frau des Andern geht er nach, so kennt man Knechtes Angesicht. Der Bereich dieses Gebotes betrifft zwei verschiedene Tatbestände, Ausschweifung und Unkeuschheit. Ausschweifung heißt sinnlich-sexuell falsch wandeln, nämlich abwärts. Dies zu vermeiden, ist das Gebot des Hausners. Unkeuschheit ist nicht göttlicher Wandel, der nicht aufwärts zu Brachma führt. Der Wandel, der den Menschen wandelt, kann sein, Ausschweifung lässt Menschentum verlieren, wandelt den Menschen zum Tier, zum Gespenst, zum Dämon. Nichtausschweifung ist zwar noch nicht Keuschheit, kann aber den Menschen zu sinnenfrohen Göttern wandeln. Keuschheit ist unvergleichlich mehr als Nichtausschweifung. Es ist der Wandel hin zur Brachma-Welt, zur Einheit jenseits der Sinnlichkeit und geschlechtlicher Spaltung. Das geht weit über die Dimension der Laienethik hinaus, gehört zum Mönchischen Weg. Der Unterschied zwischen Ausschweifung und Unkeuschheit kommt in den Definitionen des Buddha klar zum Ausdruck. Vom Mönch heißt es kurz, Unkeuschheit hat er verworfen, keusch lebt er, fern zieht er hin, entraten der Paarung, dem gemeinen Gesetze. Dem Laien aber wird geboten, Ausschweifung hat er verworfen, von Ausschweifung hält er sich fern. Mit einem Mädchen, das unter der Obhut der Mutter oder des Vaters, unter der Obhut von Bruder oder von Schwester, unter der Obhut von Verwandten steht, mit einer Gattenbefohlenen oder einer Dienstergebenen, bis herab zu der Blumen geschmückten Tänzerin, mit solchen pflegt er keinen Verkehr. Davon allein ist hier beim dritten Sela die Rede, allerdings soll auch der Laie alle sieben Tage am Uposata Tag keusch leben. Noch zu Anfang dieses Atomzeitalters waren Begriffe wie wilde Ehe, Hurerei, Kuppelei, Unzucht, freie Liebe, Fleischesünden, vorehelicher Verkehr Konkubinat und so weiter allgemein bekannte Tatbestände, die für unmoralisch galten. Heute hat die Lustseuche der sexuellen Revolution die Hemmungslosigkeit derart zur Regel erhoben, dass anderes gar nicht mehr denkbar erscheint. Der Partner ist zur Massenware geworden, der gewechselt wird wie das Hemd. Er ist zum Wegwerfprodukt der Konsumgesellschaft degradiert. Bei Sexshops und Gruppensechs ist von Menschenwürde keine Spur mehr übrig geblieben. Das Gebot der Nicht-Ausschweifung ist keine Modesache, es ist altmodisch, das heißt tausendfach bewährt. Klare, saubere, feste Verhältnisse bringen den Partnern allein das seelische Wohl, das jeder doch ersehnt. Denn jeder ist unselbstständig, eine Hälfte, die zur Ergänzung des Anderen bedarf, also ein Pol. Diese Ergänzung der polaren Spannung in Harmonie und gegenseitiger Rücksicht zu finden, dazu verhilft das dritte Sila. Nicht-Ausbrechen aus der eigenen Ehe, nicht-Einbrechen in Fremde, das ist Nicht-Ausschweifung. Das leibliche Aufeinanderangewiesensein, Sexus, ist nur Ausdruck des seelischen Aufeinanderangewiesenseins, Eros. Sexus allein gibt nur kalte Wollust. Eros erst gibt die Wärme, die eigentlich gesucht wird. Liebe, Wohlwollen, Verständnis, Zuwendung, Geborgenheit, Treue suchen beide Partner. Woher aber soll das alles kommen, wenn keiner bereit ist, es zu geben und nur den biologischen Mechanismus zur Verfügung stellt? Die sogenannte Sexualaufklärung hat es offensichtlich erreicht, diese realen Sachverhalte der seelischen Ergänzung immer mehr zu verdunkeln. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Möglichkeiten und Anlagen in sich. Aber anstatt sie sinnlos zu äußerlicher Geschlechtsumwandlung zu missbrauchen, das heißt eine Halbheit durch die andere zu ersetzen, geht es zunächst darum, die Ergänzung zu finden, die man selber noch nicht aus sich entwickeln kann. Dabei gilt der Mann mehr als Geist, Animus, die Frau mehr als Seele, Anima. Da der Verfasser sich nicht hinreichend in das weibliche Gemüt versetzen kann, muss er das Problem im folgenden notgedrungen einseitig vom männlichen Standpunkt aus darstellen, zumal auch die meist an Mönche gerichteten Leerreden vorwiegend das Gleiche tun. Eine entsprechende Ausarbeitung von weiblicher Seite her muss daher den Frauen überlassen bleiben. Eine Psychologie des dritten Sila aus der Sicht der Frau ist mir bisher noch nicht begegnet. Von diesem männlichen Gesichtspunkt aus wird die Frau als weicher, zarter, feinsinniger, schönheitsliebender, wärmer, eben mehr im Gemüt ruhend empfunden, beziehungsweise der Mann richtet seine Aufmerksamkeit bei ihr mehr auf diese Eigenschaften. Im religiösen liegt dem männlichen Element im Allgemeinen mehr der Weg der Erkenntnis, Jnana-Yoga, dem weiblichen der Weg der Hingabe, Bhakti-Yoga. Zwar waren die großen Pioniere selbst der weiblich geprägten Lebensgebiete von der Kochkunst und Mode bis zur edlen Musik und christlichen Mystik zumeist Männer, aber deren Bewahrer waren bei uns im Abendland vor allem Frauen. Bei alledem zeigt sich noch ein Unterschied, ohne dessen Kenntnis der Friede zwischen den Geschlechtern bedroht ist. Der Mann neigt relativ stärker zur Polygamie als die Frau. Seit den ältesten Zeiten, von den Naturvölkern bis zu den Hochkulturen, ist es legal gewesen, mehrere Ehefrauen zu haben, ausgenommen im Christentum. Viel Männerei dagegen ist eine Abartigkeit, die man mit der Lupe suchen kann. Welches auch immer der psychologische Grund für dieses Faktum sein mag, die Konsequenz ist, dass der Mann sich im Allgemeinen mehr anstrengen muss, die eheliche Treue zu bewahren und dass die Frau gegenüber dieser männlichen Schwäche mehr Nachsicht aufbringen muss. Völlig falsch wäre es freilich, einen Ehebruch des Mannes leichter zu nehmen oder gar zu rechtfertigen, weil die Natur nun einmal so ist. Von dem oben skizzierten Blickwinkel des Mannes aus scheint der weibliche Beitrag zur Erhaltung der so störanfälligen Harmonie in der Zweisamkeit vor allem in folgendem zu bestehen. Die Frau muss ganz besonders ihre vorhandenen Gemütskräfte einsetzen und dem Manne widmen, muss sich aufschließen, das heißt von ihrer Seele hergeben. Diese Herzensöffnung des seelischen Entgegenkommens ist das beste Mittel, das eine Ehe krisenfest macht. Eine unterkühlte Zurückhaltung, eine kalte Schönheit oder ein ewiges Fordern und Beanspruchen ohne Geben, das kann schwer glücklich machen. Die Frau muss deshalb Eifersucht als schlimmen Feind erkennen. Da die Gemütskräfte der eigenen Frau selten ausreichen, die gesamten Gemütsbedürfnisse des Mannes zu erfüllen und dieser stärker kämpfen muss, die eheliche Treue zu wahren, ist der Alleinherrschaftsanspruch der Ehefrau, die dem Mann keinerlei freundschaftliches Entgegenkommen anderer Frauen gönnt, oft der geradeste Weg, den Mann zuerst auf die Bahn der Heimlichkeit und dann des Ehebruchs zu bringen. Die Frau sollte den Mann darin bestärken, in sich durch rechte Besinnung autarker zu werden und das herrische Wesen durch marktliche Art zu ergänzen. Dafür hat das monogame Christentum als unerlässliche Ergänzung die Marienverehrung entwickelt. In der viktorianischen Plüschkultur herrschten Prüderie, Bigotterie und Heimlichkeit. Im Libertinismus jedoch reagiert das Chaos und macht die Partner noch unglücklicher, noch hilfloser gegenüber der Gewalt, der Sexualtriebe als je zuvor. Der Buddha gab schon vor 2500 Jahren eine Lösung des Problems, in dem er riet An Mutterstadt wollet ein Muttergemüt entwickeln, an Schwesterstadt wollet ein Schwestergemüt entwickeln, an Tochterstadt wollet ein Tochtergemüt entwickeln. Darin sind drei weibliche Gestalten genannt, die nicht sexuell belastet sind und deren Gemütskräfte vom Manne auszubilden sind, wenn er heil werden will. Das Mütterliche also die stete Fürsorge, das Bemühen um die Wohlfahrt für die ganze Familie, um Schlichtung und Versöhnung. Das Schwesterliche also die Kameradschaftlichkeit, das Füreinander-Dasein, das Zusammenhalten der tolerante Gedankenaustausch. Das Töchterliche also die Achtung und Verehrung, das Aufblicken, die Demut. In einem buddhistischen Text wird das Nicht-Ausschweifen noch wie folgt umschrieben. Eine alte Frau sie als Mutter an, etwa Gleichaltrige als ältere oder jüngere Schwestern, ganz junge als Tochter. Das ist ein Hilfsmittel gegen unheilsame Augenweide angesichts Christi Wort. Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Es geht letztlich darum, von einer Halbheit zur Ganzheit zu werden, vom Menschen zu Gott, Brachma. Das ist zwar ein hohes Ziel, aber es fängt bei unserer Haustür an, bei der liebevollen Ehe, die das Ergänzungsbedürfnis erfüllt. Hier ist der Boden, um nun auch allmählich Autarker werden zu können, worin der Ehemann seiner Frau und die Ehefrau ihrem Mann zu helfen vermag. Darauf bezogen lässt sich zusammenfassend eine Stufenfolge von oben nach unten erkennen. 1. Brachmische Einheit oberhalb aller geschlechtlichen Spaltung ist die eigentliche Lösung des Problems. 2. Eine harmonische Ehe mit Sexus oder nur mit Eros ist demgegenüber schon ein Ersatz, eine Notlösung, eben von oben gesehen. 3. Außereheliche Befriedigungsformen wie Gleichgeschlechtigkeit, Selbstbefriedigung usw. sind demgegenüber ein Surrogat des Ersatzes. 4. Ausschweifung, hemmungsloser Libertanismus aber ist wie Gift. Es ist hilfreich zu wissen, dass es Paarung, Begattung, Geschlechtsverkehr überhaupt nur in den untersten Bereichen der niedersten der drei Welten gibt, bei Mensch und Tier, bei Gespenstern und Dämonen. Der Buddha zeigt darüber sechs Bereiche sinnlicher Götter, Engel, die zwar noch geschlechtlich differenziert sind, aber nicht mehr die grobe körperliche Begegnung kennen. Dort besteht der Geschlechtsverkehr in Berühren des Nabels, in Händedruck, Vermählung der Blicke oder schließlich in bloßem Anlächeln. Und diese verfeinerten Formen bringen diesen Wesen nicht weniger, sondern ungleich mehr an Lust, Wonne und Befriedigung, als der schwerfällige Geschlechtsakt je mühsam und kurzfristig aus dem Fleischleib herausquetschen kann. Je weniger körperabhängig, desto größer der Genuss. Diese Richtung führt zu brachmischem Dasein und zur Auflösung aller Probleme durch Sexus und Eros. Viertens Nicht Lügen Wenn auch die Winde die Berge verwehten, Sonne und Mond und die Erde verdrehten, Wenn alle Ströme auch Strom aufwärts gingen, Niemand doch könnte zum Lügen mich zwingen. Es gibt in der buddhistischen Ethik vier Weisen falscher Reden, aber nur eine von ihnen ist Falschrede, also Lüge. Mit Bedacht hat der Buddha bei den Fünf Sila für den Anfänger in der Läuterungspraxis nur dieses eine Gebot rechter Rede gegeben. Das heißt nun keinig Weges, dass die drei anderen Weisen falscher Rede, nämlich Schelten, Hintertragen und Schwatzen unwichtiger seien. Es ist nur ein Zeugnis pädagogischer Weisheit, den religiös beginnenden Menschen nicht zu überfordern. Bei der Regel bleibe wahrhaftig, meide die Lüge, hat der Mensch zwar einen Bundesgenossen im Gewissen, andererseits spuken in seinem Geiste gar viele Rechtfertigungsmechanismen. Gerade weil die gewissensmäßige Abneigung gegen Lug und Trug, Heuchelei und Heimlichkeit und aalglatte Falschheit so stark ist, hat der altböse Feind so viele Beschönigungen erfinden müssen, um das Gewissen zu verdrängen und einigermaßen mit Anstand lügen zu können. Dies beides waches Gewissen einerseits, Bemäntelungen andererseits ist bei den drei übrigen Unheilsreden erheblich schwächer. Erst wer im Kampf für die Ehrlichkeit und gegen die Lüge bei sich Erfahrungen gesammelt hat, kann auch die feineren Gewissensstimmen spüren, die bei Schelten, Hintertragen und Schwatzen sich melden und kann auch den genau entsprechenden Zug zunehmender Rationalisierungsversuche des Geistes merken. Das Gebot nicht zu lügen ist also das Eingangstor in die Erfahrung mit der Läuterung der Rede, das heißt der Ethik im Bereich der sprachlichen Begegnung. Das Ziel des alten Adam mit gutem Gewissen lügen zu können wird dadurch zu erreichen versucht, dass man ausgefallene Extremsituationen heranzerrt, in denen das Nichtlügen dem normalen Menschen sehr schwer fallen würde, um dann triumphierend sagen zu können, da seht ihr es, man kann das Gebot nicht zu Lügen gar nicht erfüllen. Und stillschweigend fügt der böse Geist hinzu, also darf ich immer lügen, wenn es mir in den Kram passt. Das Paradebeispiel, das bei Diskussionen um die Lüge spätestens nach fünf Minuten vorgebracht wird, ist der äußerst lebensnahe und täglich vorkommende Fall. Im Dritten Reich hat jemand einen verfolgten Juden aus Mitleid im Schrank versteckt. Als nun die Gestapo fragt, ob man einen Juden gesehen habe, sagt man aus Erbarmen Nein. In der Diskussion wird sofort hinzugefügt, es ist also in diesem Fall moralisch aus Nächstenliebe zu lügen. In Wirklichkeit zeigt das Beispiel nur, dass man sich selber durch sein zwiespältiges Wirken solche Notsituationen geschaffen hat, in denen einem dann kein anderer Ausweg als die Notlüge einfällt. Aber selbst da zeigen die wirklich aus dem Leben gegriffenen Fälle, dass dem religiösen Menschen eine Formulierung einfällt, die sowohl den Verfolgten schützt, als auch gegenüber den Verfolgern eine Lüge vermeidet. Entsprechendes gilt auch bei der Frage, ob man einem Todkranken die Wahrheit über seinen Zustand sagen soll. Auf einen einzigen Fall jener Grenzsituationen kommen zehntausend Fälle, in denen man leicht und ohne Verletzung anderer die Neigung zum Lügen überwinden kann. Sämtliche Ausreden über Treibungen, Halbwahrheiten, ungehaltene Versprechen, Motivverschiebungen, Bemäntelungen, Unehrliche Phrasen des täglichen Lebens, hat man sich da klar überwunden, dann begegnen einem auch keine solch verzwickten Fälle mehr. Nicht Lügen bedeutet ja noch lange nicht, dass man alles Wahre nun auch sofort herausposaunen müsse. Es geht nicht darum, zum Wahrheitsfanatiker um jeden Preis zu werden. Man kann auch die Wahrheit unheilsam und zum Schaden anderer anwenden. Zum Beispiel beim Hintertragen. Da ist liebevolles Schweigen heilsamer. Man kann mit der Wahrheit auch abschrecken und schockieren. Das gehört zum Gebot, nicht nutzlos zu reden, die rechte Zeit dabei zu ermessen. Der Buddha gibt klare Formeln für das Gebot, nicht zu lügen. Da hat einer das Lügen verworfen, vom Lügen hält er sich fern, vor Gericht oder von den Leuten oder unter Verwandten oder in der Gesellschaft oder von königlichen Beamten als Augenzeuge vernommen und befragt »Wohl an, denn, lieber Mann, was du weißt, das sage«, antwortet er, wenn er nichts weiß, ich weiß nichts und wenn er es weiß, ich weiß es, wenn er nichts gesehen hat, ich habe nichts gesehen und wenn er es gesehen hat, ich habe es gesehen. So legt er um seinet Willen oder um eines anderen Willen oder von irgendeiner sonstigen Absicht bewogen, wissentlich kein falsches Zeugnis ab. Lüge hat er verworfen, von Lüge hält er sich fern, die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt. Ich selber möchte, dass man mich nicht belügt, dass man Versprechen einhält, dass man mir offen und ehrlich entgegenkommt, dass ich mich auf andere verlassen kann. Nun denn, so möge ich mich selber darum bemühen, ein solcher zu werden und derart Ehrlichkeit in die Welt zu setzen. Dann werde ich all dies erleben. Um die Gabe der Wahrheit, die der Buddha anreicht, empfangen zu können, muss man selber etwas vorgeleistet haben, nämlich das Aufgeben der Unwahrhaftigkeit, Verlogenheit und Unzuverlässigkeit. Die Wahrheit macht uns frei, gewiss, aber nur, wer sich von der Unwahrhaftigkeit frei machte, lässt sich von der Wahrheit ansprechen. Einige praktische Fälle mögen das Gesagte illustrieren. Jemand lädt mich ein, ihn in einem weit entfernten Ort zu besuchen. Ich verspreche mir davon nichts. Um ihn nicht zu verletzen, schreibe ich ihm, Reisen würde ich nur unternehmen, wenn es beruflich unvermeidlich sei. Allein, ich reise zwar selten, auch meist nur beruflich, aber wenn ich Lust und Laune habe, reise ich eben doch auch. Das wischte ich aber unter den Tisch und verdrängte es derart, dass ich es im Augenblick des Briefeschreibens wirklich vergessen hatte. Ein solcher Verdrängungsmechanismus ist leider erlernbar und eignet sich vorzüglich zum Selbstbetrug, um ungehemmt lügen zu können. Ich habe Besuch, er bleibt lange, ich werde müde und denke, wenn er doch bald ginge. Wie wenn er meine Gedanken erraten hätte, sagt er, nun muss ich wohl allmählich aufbrechen. Da ich mich ertappt fühle, lässt mein Geist nun die adressierte Höflichkeitsplatte spielen. Ach bitte, bleiben Sie doch, ich freue mich, wenn wir noch etwas beisammensitzen können. Das Gespräch quält sich noch eine halbe Stunde hin, bis der Besuch wirklich merkt, dass von Freude bei mir keine Spur vorhanden ist. Verdrossen und enttäuscht verlässt er mich. Der gleiche Fall. Ich merke, wie der Besuch mir leid wird, aber als er nun äußert, er wolle gehen, raffe ich mich innerlich auf, mehr auf ihn einzugehen. Ich sage zwar dieselben Worte, aber jetzt meine ich sie auch so und füge hinzu, ich glaube, sie hatten vorhin noch etwas auf dem Herzen und fürchteten vielleicht, es würde zu spät. Aber wer weiß, wann wir wieder zusammentreffen. Bitte, lassen Sie mich Ihr Problem wissen. Der andere ist erleichtert, kommt zu seinem Anliegen und es wird ein erfreuliches Gespräch, das mich erhebt und meine Müdigkeit völlig vergessen lässt. Viele Fälle der Lüge entstehen dadurch, dass es mir peinlich ist, etwas auf Befragen zuzugeben. Gewiss, das ist auch peinlich, aber dann gibt es nur einen einzigen Weg, um die Peinlichkeit zu überwinden, nämlich nichts mehr zu tun, was einem zu sagen peinlich wäre. So kann die Wahrhaftigkeit zu allen anderen Tugenden erziehen. Fünftens Keine Rauschmittel gebrauchen Wer Wein und Schnaps begehrlich trinkt, als Mensch sich ganz dem Trunk ergibt, der gräbt hier in der Welt sich selbst durch solches tun die Wurzeln aus. Aus dem großen Tugendbereich rechten Lebenswandels und rechter Lebensführung, der die Wahl von Beruf und Freunden, die Benutzung der Freizeit und das Verhältnis zu den Dingen überhaupt betrifft, aus diesem ganzen Interessenbereich greift der Buddha für den Anfangenden einen Fall heraus, das Alkoholverbot. Der Grund dafür liegt in der besonderen Sozialschädlichkeit dieses Lasters. Wer dem Trunk verfällt, ruiniert seinen gesamten Lebenswandel, sich selbst und seine Nächsten. Der Alkoholabhängige, der Alkoholiker, der Trinker bringt sich ins Elend, verspielt sein Menschentum und verkommt. Nur allzu gern wird das Problem des fünften Sila in ein bloßes Maßhalten beim Trinken umfunktioniert. Der Buddha habe lediglich den Alkoholmissbrauch verbieten wollen, also die Berauschung, die Betrunkenheit. Gegen ein Viertele jedoch sei gewiss nichts einzuwenden, man müsse nur rechtzeitig aufhören können. Die ständig wachsende Zahl der Alkoholiker zeigt aber, dass Millionen von Menschen eben nicht aufhören, nicht Maß halten können. Unmerklich kamen sie in die Gewalt des Dämons Alkohol, arabisch das Flüchtige. Ihm wieder zu entrinnen macht unsagbar Mühe, wenn in und nach einer Entziehungskur die Entzugserscheinungen einsetzen. Wer sich aus dem Würgegriff des Alkoholteufels freigerungen hat, der darf nie wieder auch nur einen Tropfen davon trinken. Er muss völlig abstinent trocken bleiben und allen verlockenden Angeboten der unwissenden Umwelt mal ein Gläschen mitzutrinken energischen Widerstand entgegensetzen. Deshalb haben evangelische Kirchen inzwischen begonnen, den Abendmahlswein durch Traubensaft zu ersetzen. Was der Alkoholiker über den schmerzlichen Umweg der Entziehungskur erreichte, nämlich das unbeschränkte Nein zum Alkohol, das kann man auch einfacher haben. Viel Alkohol schadet viel, weniger Alkohol schadet weniger, gar kein Alkohol schadet gar nicht. Es ist immer das Beste, klare Verhältnisse zu haben, ein Gift ganz zu meiden und sich auf ein Kokettieren mit der Flasche gar nicht erst einzulassen. Gegen solch klare Verhältnisse des absoluten Nein erhebt sich freilich sofort ein ganzer Proteststurm von Rationalisierungen und Verniedlichungen. Kein Argument ist zu dumm, keine Geistesakrobatik zu waghalsig, um nicht herangezogen zu werden, wenn es gilt, den Alkoholgenuss zu rechtfertigen. Da heißt es etwa, der größte Feind, das Merkewohl, des Menschen ist der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, deine Feinde sollst du lieben. Oder wenn einer dankend ablehnt, mit zu trinken, dann animiert man ihn mit, ach, einmal ist keinmal, so lange, bis er aus Höflichkeit nachgibt. Dann aber fallen die anderen gleich über ihn her mit, auf einem Bein allein kann man nicht stehen. Wenn er da nicht festbleibt, kommt sofort der nächste Schachzug. Aller guten Dinge sind drei, und sofort. Oder sich selber betrügt man damit, dass man das Gläschen, nach dem man süchtig ist, Medizin nennt. Es soll sogar Ärzte geben, die dem Vorschub leisten. Welches ist nun der psychologische Hintergrund der Sucht nach Alkohol? Warum verfallen ihm immer mehr Menschen? Betrachten wir das buddhistische Alkoholverbot etwas genauer. Sura, Meraya, Machaya, Pamada, Tana, Veramani, Sikha, Padam, Samadhyami, bedeutet, ich nehme auf mich, Samadhyami, den Übungsschritt, Sikha, Padam, mich zu enthalten, Veramani, derjenigen Fälle, Tana, von Leichtsinn, Pamada, die durch die berauschenden Mittel, Madhyaya, Wein und Brandwein, Sura und Meraya, entstehen. Die Wurzel des Übels ist der Leichtsinn, der den Ernst des Lebens verdrängt. Lässigkeit und Oberflächlichkeit überspielen ohnehin die Frage nach dem Sinn des Lebens und versinken ganz entspannt im Hier und Jetzt. Das Gegenteil davon ist die klare Nüchternheit, welche die jeweilige Situation überblickt. Unter den 16 Herzenstrübungen, die der Buddha als Inbegriff schädlicher Eigenschaften nennt, steht der Leichtsinn an letzter Stelle, als tiefste Wurzel aller Übrigen. Ernst leitet zur Todlosigkeit, Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin. Die Leichten sind den Leichen gleich, die Ernsten sterben nimmermehr. Das tödliche Laster des Leichtsins aber wird genährt durch den Rausch, die fünfzehnte Herzenstrübung. Rausch und Lässigkeit sind ein Paar. Im Rausch nimmt man alles leicht, sieht man alles rosig, überschätzt man sich und seine Kraft und mag von Durchschauung, Anstrengung, Überwindung nichts hören. Die rauschende Melodie der Wogen des Leichtsins trägt spielend über alle Schwierigkeiten hinweg, bis der Katzenjammer kommt, den man wieder mit einem neuen Rausch betäubt. Der Alkohol ist eben das Mittel, geistig schnell in den Leichtsins Zustand des Rausches zu kommen. Man trinkt, weil man fliehen will, fliehen vor den Problemen der Existenz, den selbst eingebrockten Schwierigkeiten des Lebens. Jeder Trinker ist ein Problemtrinker. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Der Alkohol enthemmt eben. Aber der Mensch neigt sowieso schon zu Rausch und Leichtsinn. Der Buddha berichtet von sich, wie er die ersten 29 Jahre seines Lebens von Jugendrausch, Gesundheitsrausch und Lebensrausch gefangen war. Durch den Alkohol wird diese verderbliche psychische Anlage noch physisch verfestigt. Wie sollte einer je die Herzenstrübungen Rausch und Leichtsinn überwinden können, wenn er sie durch Alkohol noch untermauert? Die Flucht in Rausch und Leichtsinn ist ein Ausweichen vor der Verantwortung, wie sie die selbstgewirkte niedere Ebene des Menschentums mit sich bringt. Wer aber im Herzen heiter, gelassen, zufrieden und selbstgenügsam ist, der braucht vor nichts im Leben davon zu laufen. So sagte ein Athos-Mönch unseres Jahrhunderts, Pater Avakum, Alkohol brauchten nur jene, die ihren Kummer vergessen wollten, deren Herz traurig sei. Ich aber bin keineswegs traurig, heute nicht und niemals. Warum also soll ich Wein trinken? Wenn ihr die Melancholie habt, müsst ihr trinken, natürlich. Da ihr alle trinkt, wie ich sehe, so habt ihr sicherlich Trauer und Sorgen, sonst tränket ihr nicht, so wie ich nicht trinke, denn ich brauche es nicht. Bei E. Kästner Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos In der buddhistischen Überlieferung gibt es folgende Geschichte. Ein Dämon hatte einen Mönch gefangen und sagte, er werde ihn umbringen, es sei denn, er bräche eines der fünf Sila. In seiner Todesangst wählte der Mönch das Alkoholverbot als das relativ harmloseste. Er trank Wein und dann verführte er im Rausch ein Weib, stahl für sie eine Ziege, brachte diese um, briet der Frau das Fleisch und als er gefragt wurde, ob er die Ziege gesehen habe, stritt er es ab. Wie alle Tugendgebote ist auch das Alkoholverbot erst dann gemeistert, wenn man es nicht nur selber einhält, sondern auch nicht andere dazu verleitet oder ihnen zustimmt. Ist es nicht schizophren, selber keinen Alkohol zu trinken, aber Gästen dieses Gift vorzusetzen? Und denen, die ihr Gläschen verteidigen, zustimmen, heißt auch nichts anderes, als die Maßstäbe zu verbiegen. Der Buddha hat zwar keinem Laien geraten, zu missionieren und anderen seine Lebensregeln wie die Fünf Sieler aufzudrängen, aber der Laie soll auch nicht aus bequemer Anpassungssucht im weichlichen Konformismus um der Gemütlichkeit willen mit den Wölfen heulen. Wenn auch andere trinken, ich nicht, so ist Ledigung zu üben. Wie aufdringlich aber die Diktatur der Rausch bejahrt ist, merkt man etwa an den Lebensmitteln. Immer öfter wird dem Verbraucher Alkohol untergejubelt. Bei Schokolade und Praliné zwing es an. Jetzt muss man schon bei Kuchen, Marmelade und Joghurt auf die Vergiftung durch Alkohol achten. Demnächst könnte wissenschaftlich erwiesen werden, dass Milch mit Alkoholzusatz leichter verdaulich und besser haltbar sei. Nicht weniger gesundheitsschädlich als Alkohol ist das Nikotin und erst recht alle Drogen. Davon steht beim Buddha aber nichts, sagen jene, die in anderen Fällen sehr rasch protestieren, man hafte allzu genau am Wortlaut. Der Buddha hat über andere Gifte deshalb nichts gesagt, weil es sie offenbar zu seiner Zeit in Nordindien nicht gab. Wo keine Zigaretten geraucht und keine LSD-Trips für Meditationserfahrungen angepriesen werden, braucht man sich davon nicht abzusetzen. Auch vor Arsen, Zyankali und Tollkirschen hat der Buddha nicht gewarnt. Diese Gifte sprechen ja für sich. Und Haschisch im Nahen und Opium im fernen Osten sprechen ebenfalls für sich. Der Sinn des fünften Sila ist es, alle Rauschmittel zu meiden, weil sie alle zu Leichtsinn führen und Geist wie Körper schädigen. Nach diesem Blick auf die einzelnen Sila lässt sich zusammenfassend sagen, dass über die Tugend im Geiste entschieden wird, weshalb wichtiger als alles andere ist, klare Maßstäbe zu haben und alle Verschwommenheiten und Rechtfertigungen als abwegig zu erkennen. Die ausnahmslose und ehrende Gesetzmäßigkeit der Tugendgebote herauszuarbeiten und alle Ausflüchte und Hintertürchen zu entlarven, war deshalb eines der Ziele dieses Bodhi Platz. Freilich gilt solche Kompromisslosigkeit stets nur für den Einzelnen und für seine Nachfolge. Er ist es, der die Fünf Sieler einhalten soll. Er darf andere nicht zu ihrem Bruch verleiten und soll nicht zustimmen, wenn Untugend gerechtfertigt und gepriesen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Er soll jedoch nicht Moral predigen und sich anderen aufdrängen. Er soll nicht andere wegen ihrer Untugend und ihrer Durchlöcherungen der Gebote verachten und kritisieren. Hier gilt das Sprichwort jeder kehre vor seiner eigenen Türe oder die Mahnung Christi den Balken im eigenen Auge nicht den Splitter im Auge des Nächsten zu sehen. Wer die Tugendgebote ernst nimmt, der merkt bei sich selber so viele Versuchungen und Anfälligkeiten, dass er genug damit zu tun hat, ihre Herr zu werden. Und eine dieser Versuchungen ist es eben, sich von der eigenen Läuterungsarbeit dadurch abzulenken, dass man die Untugenden anderer unter die Lupe nimmt. In diesem Sinne ist der Spruch zu beherzigen, nicht anderer Fehler, anderer Pein, nicht ihr getan und nicht getan, blickt dir ins eigene Herz hinein, sie dein getan und nicht getan.